Seit 2017 entwickeln wir erstklassige Softwareprodukte für Kunden wie die NASA. Apida hat sich darauf spezialisiert, unternehmenskritische Anwendungen in den Bereichen API, Identity und Data zu entwickeln. 81 Prozent der größten Datenschutzverletzungen werden laut Verizon durch schwache oder kompromittierte Passwörter verursacht. Wir haben uns dieser Problematik angenommen und haben ein extrem nutzerfreundliches, aber vor allem auch sicheres Produkt entwickelt, das die Identität der Anwender verifiziert, ohne dass diese ein Passwort eingeben müssen. Der Apida Mobile Authenticator bietet die Möglichkeit einer zertifikatsbasierten, passwortlosen Authentifizierung. Wir sind ein bunt durcheinander gemischtes Team mit Mitarbeitern aus aller Welt. Bei uns ist man dazu angehalten, aktiv mitzugestalten und sich persönlich weiterzuentwickeln. Ganz nach dem Motto, nobody is perfect, but a team can be.